In der vorletzten Saison, klar, Balingen-Waldstätten aufgestiegen aus der 2. Liga, aber die Saison davor. Mega Tor. Ein Wahnsinn-Tor. Und was sagt uns das? Hier, Achtung. Ja, da ist er nicht richtig dran. Ja, Patrick Volz. Also, als nächster Schütze. Und Milo Savliev mit seiner dritten... Der war stark. Und jetzt wissen wir auch, weshalb bei Balingen über das Tempospiel gesprochen wird. Weil solche Tore aus dem gebundenen Spiel... Rechter Rückraum, Jerome Müller. Noch frisch, noch neu bei Balingen. Und kommt so rein in dieses Spiel. Und dazu gibt's eine 2-Minuten-Zeitstrafe. Ich finde sehr positiv, die Spieler mit diesen... Nils Lichtlein. Großartig. Wer solche Leute auf der Bank hat... ...dass die Hand des Abwehrspielers nicht gegen den Kopf ging, sondern oben an den Oberkörper. Ja, Arm ist oben. Zeitspiel droht. Ja, Jaron Siebert. Kurz nochmal da im Dialog mit den Unparteisen. Milo Savliev für den Aufsteiger. Der in dieser Saison... Und das wollen wir auf jeden Fall festhalten. Wer nicht enttäuscht hat. So geht's rein. In die zweiten 30 Minuten. Schauen wir's nochmal an. Nicht nur von Fletsburg. Aber das nur als kleiner Abstecher zum heutigen zweiten Spiel des Tages. Milo Savliev. Stark. Was die heute für Lösungen finden. Aber klar, worüber reden wir? Wir reden über einen Weltklassenspieler. Und zwar einen absoluten... Der passt, genau. Und er reißt die Fans hier nochmal von den Sitzen. Richtig eingeschlagen. Und deshalb schauen wir uns das gerne nochmal an. Nicht gleich. Starker, ganz starker Antritt. Dazu gibt's ne 2 Minuten Zeitstrafe. Minus 10 aus Sicht der Gastgeber. Und jetzt Minus 11. Durch diesen Treffer von Matthias. Durch diesen Treffer von Matthias. Letzter Wurf. Geht oben an die Latte. Und das war's. 26, 37. Am Ende überrascht die Deutlichkeit. Und Handwerb. Was die hier wärmer. Und das war's. Ich schade. Und das war's. Und das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020